In wenigen Minuten beginnt die Montette mit der Plantate in der Thomas-Müßung. In wenigen Minuten beginnt die Montette mit der Nasein-Müßung. Die Nasein-Müßung. Die Nasein-Müßung. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich Willkommen. Heute Nachmittag hier in der Thomas Kirche zur ersten Motette in diesem Schuljahr hier bei uns in der Thomas Kirche. Die Motette wird gestaltet von dem Gras Werner, dem Gewandmausorchester sowie dem Tomara und der Leitung von Thomas Kant und von Deutschlands. Ein besonderer Grüß gilt euch der neue 16 Omas an, die ihr heute erst mal in der Thomas Kirche gesegnet habt. So, wie ihr es braucht, ist ein Tomara-Kau, habt ihr eben eure Sonnenblumen am Nachbar gelebt. Wir wünschen euch und euren Familien eine schöne, eine erfolgreiche und gesegnete Geburtzeit im Tomara-Kau. Wir wünschen euch, dass ihr da seid, wir sind gespannt an euch. Yong Supersin Gesang 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020